Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight auf dem Autohäven-Schrottplatz mit der Rebecca Chambers. Und wir haben gerade gemerkt, der Killer hat tödliche Verfolger dabei. Das bedeutet, er weiß, wo die anderen sind. Aber nicht wo ich bin. Es ist Ghostface. Es ist die Frage, von wo er kommt. Ah, da hat er schon jemanden. Es ist Ghostface. Okay, gut. Ja, was soll die Statue jetzt sagen? Jolo, wir laufen mal. Leon, du brauchst Hilfe. Macht natürlich viel Sinn, wenn du läufst. Damit man die Fußspuren sieht. Wo kam der denn jetzt bitte her? Da habe ich nur das Flattern seines Umhangs gesehen. Leon, Hilfe. Leon, Hilfe. Leon, Hilfe. Ach, haben wir einen Tunnel erwischt. Es ist echt traurig. Oh, da wäre nett, wenn du ein bisschen weiter weg rennst. Also Ghostface ernsthaft, wenn du mich jetzt wieder auf dem Kieker hast. Ich bin mir nicht auf dem Kieker. Wirklich? Ah, Barbecue und Chili ist auch am Start. Oh, wird doch hier irgendwo lauern. Oh. 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 Da versuchen wir ihn mal ein bisschen aus der Reserve zu locken. Oh. 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 Schade. Hätte klappen können. Komm. Wenigstens heilen. Da hat er sich versteckt. Okay, er ist in der Jagd. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich will noch nicht sterben! ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Da hinten war er nicht. Da ist er. Manja, wieso wir auf mich oder auf die kleinen Dicken, die nicht wegrollen können? Oh, das hat funktioniert. Ach, wo ist die nächste Palette? Ich bin ihn losgeworden. Fuck. Und schön, Leon. Ich hoffe, dass das klappt. Sorry, ich muss raus. Das war mir jetzt zu heikel. Aida geht wenigstens. Versuch das. Jetzt kämpft er dort. Ernsthaft? Ach, Ghostface. Was soll der Scheiß? Ernsthaft? Jetzt läuft auch. Da ist offen. Ich muss sagen, Aida. Sehr gut gemacht. Da hat die Aida ja doch mal was Produktives getan. Oh, das ist 2 für mich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Trotz, dass ich gestorben bin. Oh. Tötlicher Verfolger, habe ich ja gesagt. Barbecue und Chili. Ja, okay. Uneinigkeit. Oh. Oh. Und Stromstoß. Ja. Memento Mori aus Ebenholz. Oh. Ghostface auf Video festgehalten. Ja, aber da haben wir's Ghostface gezeigt. In your face, Ghostface. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe euch bei der nächsten Runde auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.